Inline Zero, representing Riga Skipsalas PK. Auf der Bahn Null, Rinalds Pukitis. Inline Number One, representing ASA Delfinia Ptomilmaidas. Auf der Bahn Eins, Dimitrius Sikos. Inline Number Two, representing Key Pace Bisca Novoves. Auf der Bahn Zwo, Tomas Celikowski. Inline Number Three, representing MKP Kolobstrek. Auf der Bahn Drei, Gratian Domanski. Inline Number Four, representing Berliner Schwimmverband. Auf der Bahn Vier, Maurice Ingenried. Inline Number Five, representing Top Swimmings Club. Auf der Bahn Fünf, Yanta Sun. Inline Number Six, representing Sigmar Swim. Auf der Bahn Sechs, Sebastian Tullberg. Inline Seven, representing Lokomotiva Berun. Auf der Bahn Sieben, Dusan Miko. Inline Number Eight, representing Berliner Schwimmverband. Auf der Bahn Echt, Patrick Taifun Stübe. Inline Number Nine, representing UKS Pingwini. Auf der Bahn Neun, Philipp Vardava. Inline Number 7, Philipp Vardava. So wohl, die schnellste Reaktionszeit hatte Patrick Teif und Stüber auf der Bahn 8, aber jetzt hier im Wasser in Führung, die Bahn 4 und 5, die Mittelbahn, ein enges Rennen aktuell zwischen Maurice Ingenried auf der 4 und Jan Tazun auf der 5. Und jetzt setzt sich dann durch auf der Bahn 4, Maurice Ingenried aus Berlin und er gewinnt in 27,41 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch! Und es geht weiter mit dem 50-Meter-Schmetterling-Männerfinale der Jahrgänge 98 und 99. 15 Meter Butterfly-Man-Final, H-Group 98 and 99. Kolobcek, Greysan, Domanski. Second and Ben of the Silver Medal, representing DOP's Swimming Club, Janta Sun. First and Ben of the Gold Medal, representing DOP's Swimming Club, Maurice Ingenried. оловierdipps! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.